Nimm den Papa, der Munde will spielen. Servus. Ich will schon wieder winken. Geht, er tut eh nichts. Er tut noch Blitze. Geht hin. Geht hin, Leo. Geht hin, du Ruhm. Ist das gut so? Weil seitdem der Klinik mit mir das war, ist er so schmusig zu mir. Ich finde, dass der überhaupt jetzt ein schmusiger wird. Auf der anderen Seite gestört darf. Er hat nur ein Papa, der ihn so gerettet. Ja, und der Mama ist gleich aufgefallen beim Putzen, dass er was nicht stimmt mit dem Bub. Gut, es war ein Blinden aufgefallen. Was sagst du dazu? Wo sagst du dazu? Wo sagst du dazu? Zu Monti geh. Zu Monti geh. Zu Monti. Monti, gib ihr Busse. Monti, gib ihr Busse. Spiri. Was? 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 Forte. ...